Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von mir. Ich möchte euch diesmal zeigen, wo und wie ihr am einfachsten die Pokémon Samurzel, Blanas und Tengolist fangen bzw. entwickeln könnt. Und dazu noch zu sagen, das geht nur in der Schwert-Edition. In der Schild-Edition funktioniert das nicht. Nur für Schwert ist das. Gut, ich würde sagen, wir starten gleich mit Samurzel und den finden wir im Mützersee Westen, also hier unten, wo die kleine Brücke ist. Und ja, wir brauchen dafür bewölktes Wetter. Wir fahren jetzt da mal rüber. Der kommt dann in der Overworld-Spawn. Und hat eine 60% Chance, also sehr, sehr hoch. Ist eher vielleicht ein bisschen schwierig, den zu finden, weil er so klein ist. Aber wir schauen jetzt hier gleich mal in der Wiese. Schallquabs sind einige rum, sagen wir hier. Man sieht es kaum. Ist das eins? Ja, das ist eins. Man sieht die einfach kaum. Okay. Eigentlich sind die recht einfach, sozusagen. Wegen der 60% Chance. Ja, man sieht sie halt nicht gut. Man muss die Äuglein ein bisschen aufsperren. Gut, dann gehen wir gleich weiter zum Blanas. Und der ist hier beim Sitz des Giganten. Wie kommen wir am schnellsten hin von hier aus? Denke ich. Sitz des Giganten ist immer ein bisschen eine kleine Radtour. Ein Stückchen. Man kann... Ich wollte noch ausweichen. Ich habe ihn noch gesehen. Aber ja, die Reaktion kam ein bisschen zu spät. Aber gut, da sind wir gleich draußen aus dem Fight. So, dann düsen wir da runter. Hoppala. Irgendwo. Ich glaube, hier bei den Bäumchen. Ja, genau. Bei den zwei Bäumchen geht es runter. Dann düsen wir noch bis über die Brücke. Und hierfür müssen wir noch das Wetter ändern. Und zwar regnerisches Wetter brauchen wir. Und ja, Blanas wird dann auch hier in der Overworld kommen. Ich stelle schnell eben auf Regen um. Das ist der erste Zehnte. Sehr schön. Und hier kommt das jetzt auch in der Overworld des Blanas. Ah, ihr seht schon. Hier sind ganz viele. Die haben auch 60%. Eigentlich gleich gut wie so Murzeln. Nur, dass man die halt nochmal besser sehen kann. In der Wiese. Ja, ganz easy cheesy eigentlich. Hoppala. Vorsichtig. Gut. Dann gehen wir jetzt zum letzten Pokémon. Und zwar zu Tengulis. Den finden wir hier im Wipfelscheinwald. Ich wollte gerade sagen, ja, Scheinwald. Aber das ist ja ein anderer. Und hier kommt der bei verschiedenen Wettern. Einmal bei bewölkt, bei Regen, bei Gewitter, bei Nebel und bei klarem Wetter. Also normales Wetter. Kann der hier spawnen? Oder beziehungsweise, wenn ihr das richtige Wetter habt, dann kann er nicht hier spawnen, sondern dann wird er hier immer zu 100% sein. Wir müssen noch ein bisschen weiter nach hinten. Ich fahre lieber nicht durch die Wiese. Genau. Hier sind die Bäumchen. Und der Wathändler. Hier fahren wir noch ein bisschen weiter. An den Pädobären vorbei. Und, ah, hier ist er schon. Und hier läuft er rum. Ja. Bei klarem Wetter bewölkt, Regen, Gewitter, Nebel. Läuft er hier immer rum. Kann man sich also ganz easy snacken. Ja gut. Und zu den Entwicklungen. Ist es jetzt so. Samurzel entwickelt sich ganz normal ab Level 13 zu Planas. Mit einem Level Up dann eben. Äh, ab Level 14. Sorry Leute. Ab Level 14 kann er sich entwickeln. Zu Planas. Und ja, damit ihr Planas zu Lombrero, äh, zu, wo ist mein Kopf? Damit ihr Planas zu Tengolis entwickeln könnt, müsst ihr ihm einfach einen Blattstein geben. Level ist da, ähm, nicht entscheidend. Einfach nur den Blattstein und, ja, tadadada, es wird sich entwickeln. Gut Leute. Das war's schon wieder mit dem Video. Ich würde sagen, ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.